DeoMedia – Film und Animation für Unternehmen Die Escolab AG – seit 1867 Partner der Chirurgie aller Disziplinen. Als weltweit tätiges Unternehmen und Sparte der B. Braun-Milsungen AG fertigen wir an unserem Hauptsitz in Tuttlingen und an mehr als 50 weiteren Standorten hochwertige medizintechnische Produkte. Zu unserem Portfolio zählen chirurgische Instrumente, Implantate für die Orthopädie, Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie, Nahtmaterial und Sterilcontainer. Vor allem die Produktion von Implantaten erfordert höchste Präzision und Kompetenz. In unserer Benchmark Factory stellen wir beides sicher. Sie zählt zu den modernsten und umweltfreundlichsten Implantatefertigungen Europas. Unsere Fertigungsspezialisten setzen hohe Maßstäbe an Qualität und Zuverlässigkeit sowohl in Handarbeit als auch mithilfe modernster Technologien verwirklichen sie die Visionen für den medizinischen Fortschritt. Von Anfang an arbeiten Anwender mit Experten aus unserer Entwicklung in enger Abstimmung mit dem Marketing, der Produktion und dem Qualitätsmanagement zusammen, um Produkte zu optimieren und Neues und Wegweisendes zu schaffen. Escolab unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf vielfältige Weise. Ein Beispiel dafür ist das Haus der Familie, wo Kinder professionell betreut werden. Damit schaffen wir für unsere Mitarbeiter eine wichtige Balance zwischen Berufs- und Familienleben. Der Schutz und die Förderung der Gesundheit unserer Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. Mit unserem betriebseigenen Gesundheitszentrum leisten wir hierzu einen besonderen Beitrag. Zwei Mediziner, ein Gesundheitsberater und eine Gesundheitsmanagerin kümmern sich um die gesundheitlichen Belange unserer Mitarbeiter und bieten umfangreiche Präventionsprogramme an. Die Escolab Akademie setzt mit einem umfassenden medizinischen Fortbildungsangebot Maßstäbe im Hinblick auf effektives Lehren und Lernen in der modernen Medizin. Escolab – A B. Brown Company Deo Media – Film und Animation für Unternehmen 棒-Alτί Die Sieger waren im Hinblick auf der Herren pregunta